Was ist du gern? Die Thüringer Klöße, die mag ich sehr. Sie schmecken mir am besten, egal wo ich auch immer bin. Das Klöße gibt, muss ich sie testen. Ich bin danach ganz süchtig, die Klöße sind mir wichtig. Nicht Döner, nicht Spaghetti, nein, Thüringer Klöße müssen sein. Mit Singen komm ich weit umher, das werdet ihr verstehen. So habe ich in unserem Land schon manche Stadt gesehen. Natürlich hab ich überall das Angebot studiert. Und alles, was am Kloshaus sah, ganz kritisch ausprobiert. Die Thüringer Klöße, die mag ich sehr. Sie schmecken mir am besten, egal wo ich auch immer bin. Wenn's Klöße gibt, muss ich sie testen. Ich bin danach ganz süchtig.